Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Kollektor-Szener, heute mit den UEFA Champions League Stickern aus der Saison 2018-19 von TOPS. Und damit seid nochmal recht herzlich willkommen zu diesem neuen Kollektor-Szener, in dem wir uns bei der Betrachtung der Champions League Kollektion immer mehr der Gegenwart annähern. Denn heute sind wir bereits in der Vorsaison angekommen, aus der bekanntlich der FC Liverpool als Champions League Sieger hervorging. Kurze Kollektion selbst, diese umfasst 595 Sticker, von denen der Großteil, nämlich 590 Sticker, auf die 32 enthaltenen Teams entfällt. Dazu haben wir dann noch das Champions League Logo, den Champions League Pokal und dann noch drei Bilder von den Siegern des Vorjahres, der Champions League, der UEFA Youth League und der Women's Champions League. Der Fokus liegt also klar auf den 32 teilnehmenden Mannschaften, von denen jede vier Sondersticker bekommen hat, das Vereinswappeln, dann ein Sticker mit Heim- und Auswärtstrikot, der Teamcaptain kommt ebenfalls als Sondersticker und der Starspieler des jeweiligen Teams hat sogar einen großen Sondersticker bekommen. Ausnahme bilden hier die letzten sechs Teams im Album, die dort auch nur in etwas abgespeckterer Form enthalten sind, da diese noch durch die Champions League Qualifikation mussten und so zu einem relativ späten Zeitpunkt erst feststanden. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn Tops das Album zwei Wochen später rausgebracht hätte und dafür alle 32 Mannschaften vollständig abgebildet hätte, aber offenbar hat man sich mit dem früheren Erscheinungstermin bessere Absatzchancen ausgerechnet und somit müssen die Sammler mit diesem kleinen Makel leben. Erwähnenswert vielleicht noch, dass es in Italien eine leicht abweichende Version gab, dort lag dem Album noch zusätzlich ein Poster bei, auf das 16 Sticker geklebt werden und diese 16 Sticker mit Spielern der italienischen Teams gab es jeweils als Viererpack in vier Ausgaben der Coyere dello Sport. So, das sind glaube ich aber auch genug an der Information vorneweg. Jetzt wollen wir uns unseren Stickertüten widmen und auch da gibt es heute eine kleine Besonderheit, denn wir schauen uns die Stickertüten aus Großbritannien an, denn der große Vorteil zu den in Deutschland erhältlichen Stickertüten sehen wir, wenn wir das Ganze umdrehen, denn in den Stickertüten aus Großbritannien sind 10 Sticker enthalten, während in den deutschen Stickertüten nur 5 Sticker sind, was in dem Fall auch einen nicht unwesentlichen Preisunterschied ausmacht, denn wenn man das Ganze mal auf den Einzelpreis eines Stickers runterrechnet, ist dadurch jeder Sticker in Deutschland 5 Cent teurer als in Großbritannien. Leider nicht das erste Mal, dass Tops damit auffällt, die deutschen Sammler deutlich mehr zur Kasse zu bitten als die Sammler in Großbritannien, hinterlässt also einen leicht fadenen Beigeschmack und daher habe ich mir einen Großteil meiner Stickertüten auch in Großbritannien besorgt, was selbst mit den etwas höheren Versandkosten dann unterm Strich noch deutlich günstiger war. Für die Booster- und Stickertütensammler ganz interessant, zwei verschiedene Motive gibt es, die sehen wir hier im Bild mit den zentralen Figuren Edinson, Kamani und Rafael Varane. Ganz erfreulich finde ich daran, dass nicht immer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind, sondern auch mal ein paar andere Spieler zur Geltung kommen. Aber jetzt wollen wir dann endlich auch mal schauen, was in den Stickertüten drin ist und beginnen daher, unsere erste Stickertüte aufzureißen. Müssen wir aber immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich den großen Sticker nicht kaputt reißt, denn das geht relativ schnell. So, und mit dem fangen wir auch an. Und das ist Gareth Bale, sicherlich einer der bestbezahltesten Bankdrücker im europäischen Fußball. So, und dann haben wir die kleinen Sticker mit Piotr Zielinski von Neapel, Ander Herrera von Menjo, Fedor Schalow von ZSKA Moskau, Nagatomo von Galatasaray, Christian Fasnacht von den Young Boys, Bern, Tobi Alderweireld, Tottenham, Florian Grilic, Hoffenheim und den Sondersticker von Hector Herrera als Teamkapitän des FC Porto. Einen haben wir noch mit Marco Asensio von Real Madrid. Und dann sind wir durch, durchs erste Päckchen. Ich finde, so ein 10-Sticker-Tüten-Päckchen macht auch deutlich mehr Spaß als nach 5 Stickern schon fertig zu sein. Vorteil ist auch, zumindest sieht es so aus, dass immer ein großer Sticker dabei ist. Und diesmal finden wir Antoine Griezmann von Atletico Madrid. Und dann kommen wir zu unserem kleinen Sticker mit Dibril So von den Young Boys Bern, Kamil Glick, Monaco, Abdur Diallo Dortmund, Ousmane Dembele, Barcelona, Danjuma von Brügge, Trent Alexander-Arnold von Liverpool, Traore von Olympique Lyon. Als Sondersticker haben wir das Trikot von Manchester United und darunter haben wir noch Stefan Savic von Atletico. So, Päckchen Nummer 3. Und als großen Sticker finden wir dort Edin Dzeko vom AS Rom. So, und dann unsere kleinen Sticker Ezequiel Garei von Valencia, Oliveira von Porto, Mauro Junior von PSV Eindhoven, Kimpembe Paris, El Charavi Rom, Wijnaldum für Liverpool, Axel Witzel Dortmund. Als Sondersticker das Logo von Viktoria Pilsen. Und dann haben wir noch Arias von Atletico Madrid. Ihr seht, Bestückung dieser Stickertüten wird relativ schnell deutlich. Ein großer Sticker ist immer drin und dazu ein kleiner Special-Sticker. Und damit sind wir bei Stickertüte Nummer 4 angekommen und finden als großen Sticker darin das Teamfoto des Gewinners der Women's Champions League aus dem Vorjahr. Und das war Olympique Lyon, die sich mal wieder gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt haben. Das ist ja auch ein Dauerduell bei den Damen. Und dann haben wir unsere kleinen Sticker mit Totowitski von Schachtor Donetsk, David Dreher, Manchester United, Leon Goretzka von den Bayern, Umtiti Barcelona, Persic, Mailand, Krischowiak für Lokomotive Moskau, Ronell, Pierre Gabriel für Monaco. Das Wappeln von Ajax Amsterdam und Neymar für Paris. Im nächsten Stickertütchen finden wir als großen Sticker Cristiano Ronaldo von Juventus Turin. Dann haben wir seinen Teamkollegen, Leonardo Bonucci. Olivier Torres von Porto, Conoplianka für Schalke, Kyle Walker, Metziti, Pula für Brücke, Dembele, Tottenham, Cornel für Lyon. Das Wappen des FC Barcelona. Und darunter finden wir noch Lucas Vasquez von Real Madrid. So, weiter geht's mit dem nächsten Stickertütchen und dem großen Sondersticker von Mohamed Salah von Liverpool. Dann haben wir Raphael von Real, Orozowski von Viktoria Pilsen, Mats Hummels von dem Bayern, Aguero, Minciti, Manolas AS Rom, Pizzi Benfica, Markas von AEK Athen, das Wappen vom AS Monaco und Namuhane von Roter Stern Belgrad. Weiter geht's mit dem nächsten Stickertütchen und wir beginnen zunächst wieder mit dem großen Sondersticker und das ist Romelu Lukaku, den wir hier noch im Trikot von Manchester United finden. Zwischen hier auf Inter Mailand auf Torjagd haben wir Patrick von Schachtor Donets, Talia Fico für Ajax, Boateng für die Bayern, Buffon Paris, Masraoui für Ajax Amsterdam, Sadio Mane für Liverpool, Brini für Hoffenheim, Heim- und Auswärtstrikot von Ajax Amsterdam und zum Abschluss des Päckchens noch Juan Fran von Atletico. So, willkommen zu unseren letzten drei Päckchen. Wir beginnen auch hier wieder mit dem großen Sticker und das ist diesmal Robert Lewandowski von den Bayern. Dann haben wir Huarau von den Young Boys, Bern, Phil Jones, Manchester United, Magnusson, ZSKA Moskau, Longley für Barcelona, Kevin Strootmann als Rom, Petran Czoluka für Lokomotive Moskau, Petri Scheller für Viktoria Pilsen, das Wappen von Schachtor Donetsk und darunter noch Edison Cavani für Paris Saint-Germain. So, vorletztes Päckchen und der große Sticker ist von Lionel Messi vom FC Barcelona. Dann haben wir Orestes Canetis von Neapel, Juri Thielmanns, Monaco, Roma, Mascarell, Schalke, Bernardo Silva, Man City, Ranocchia von Inter Mailand, Denzel Dumfries, PS Weindhoven, Lopez, Aika, Athen, Marek Hamschik von Neapel als Sondersticker und Milan Borjan von Roter Stern Belgrad beschließt dieses Päckchen. Und damit kommen wir zu unserem letzten Stickertütchen für diesen Collectors 10er. Und finden darin André Kamaric von der TSG Hoffenheim. Und unsere kleinen Sticker beginnen mit Cristiano Ronaldo. Dann haben wir Resnick von Viktoria Pilsen, Joshua Kimmich für die Bayern, Salvio für Benfica, De Carli für Brügge, Sanchez Tottenham, Leite für den FC Porto, Heim- und Auswärtsdekord von Juventus Turin und zum Abschluss nochmal Juventus Turin mit Miralem Pjanic. So und damit sind wir am Ende der 10 Stickertüten aus der UEFA Champions League 2018-19 Stickerkollektion von Tops angekommen. 100 Sticker haben wir insgesamt in den letzten Minuten gesehen, darunter mit Messi und Ronaldo, auch die zwei Topstars des europäischen Fußballs. Dazu zahlreiche andere Sondersticker, wobei Tops die Effekte diesmal relativ zurückhaltend eingesetzt hat, sodass diese gerade bei den Captains Stickern erst richtig offensichtlich werden, wenn man diese im Licht bewegt. Wie euch diese Kollektion und die Sticker, die wir gesehen haben, gefallen, das schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare. Freue mich da auf euer Feedback. Vergesst Like und Abo nicht und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.